Herzlich Willkommen hier mitten aus World of Tanks. Ich nehme euch wieder mal spontan ein paar Rundchen mit. Was gibt's Neues? Nicht viel. Ich warte auf Frontline, damit ich endlich Kohle machen kann. Oh, sonst gibt's nichts Neues bei euch. Kaffee ist natürlich auch dabei, wie immer. So, was haben wir hier? Ich hoffe ich schreie nicht so sehr ins Mikro. Mr. America IS32 Objekt 430 Standard B. Schreiben wir uns mal wie so ein Italiener verhalten. Vielen Dank. Erde am Mond, hört man mich? Ich glaube ich habe Atomprobleme. Okay. Ich habe Probleme manchmal mit diesem USB-Mikrofon, nehmt USB auf, stellt euch mal vor. Und gibt es manchmal einen Wackelkontakt. Aber ich sage immer, solange das Mikrofon ist, was einen Wackelkontakt hat, dann geht es. Mal aufpassen, dass ich hier nicht aufgehe. Wir warten erstmal ab. Da drüben gefällt mir nicht bei den Heavys. Eigentlich müsste man durch den Wald drücken. Moment, das kommunizieren wir. Jetzt haben wir nämlich weggekäptet. Scheiße, ich muss rüber. Das ist schon gelaufen, das Spiel, glaube ich. Das ist nicht gut. Wir müssen jetzt Risiko gehen. Da ging frei durch ihre Panzerraum. Wirkungstreffer. Da ging frei durch ihre Panzerraum. Wirkungstreffer. Der Richtschiff hat uns kurz gebessen. Genauigkeit eingeschränkt. immer spinnt meine maus denke leid wird zu suchen gleich komm mein freund scheiße jetzt bin ich leer ich hasse es wie die pest ich war nicht ganz nachgeladen aber gut ich musste schießen sonst hat er mich rausgenommen sehr verehrte damen und herren aber irgendwas ist mit meiner maus ich habe heute technische probleme ohne es jetzt auf die technischen probleme schieben zu wollen das kann noch besser werden ich setze mich jetzt mal richtig hin brust raus solltet mich jetzt gerade mal sehen hier so mikro aus der nase raus so mal gucken dem kleinen pincher noch zu wie er gerade platzt und 3 2 1 beng jungs was ist das für eine reaktion ok es kann doch besser werden kann die maus liegt jetzt richtig auf meinem maus pad naja was willst du da machen 0 0 0 0 ja da habe ich ein bisschen umsatz gemacht 20.000 wir fahren mal einen anderen wir fahren mal das gleiche wer hat noch nicht, wer will nochmal, wir fahren ein bisschen super hellcat zack sie macht ab und dann auch glaube ich ganz gut credits ihr habt es gesehen wer auf geht stirbt in der regel wir fahren mal auf den typischen td hügel jeder kennt ihn, jeder liebt ihn ich bin ja der beste td fahrer aller zeiten schon geboost? ok jetzt ist das ach komm, scheiß drauf ja das passt schon ich wollte eigentlich credits machen, was mach ich denn jetzt schon wieder? naja wo war denn das? ach jungs, gebt mir mal tipps hier ich glaub da ne ihr seht, ich fahr total oft td ich kenn mich total gut aus und hier ist völlig frei meistens fährt da einer hoch ja, ich bin schon drauf aber da kommt nix aber da kommt nix ah da oben er ist schon oben haha jawoll wahnsinn was ein schuss, oder? die gandhi pression ist auf der super hellcat echt nicht schlecht ok interessantes spiel gerade ich würde sagen, wir kriegen auf den sack das steht schon 4-0 läuft ich liebe td-gameplay man ist echt nicht ganz unabhängig vom ultim noch extremer wie im random also wenn du jetzt ein medium oder ein heavy fährst im random na, da war doch noch der kleine da oben ah da, komm ja, Pantherchen jetzt sei doch mal ein Held scheiße gut, jetzt fängt die Phase an, wo wir uns so teuer wie möglich verkaufen müssen komm, Jackson warte mal hi kleiner Fehler vom EBR na komm jetzt hoch du bist doch ein Held Panther ich riech das doch ja komm komm haa hallöchen schade go auf die d-gameplay ist das echt nicht meins, hee Na, alles klar bei dir, Skorpion? Oh, der Nächste. Was ist denn da los? Ja, ihr könnt gerne alle. Kommen! Also, oh, wer ist es da? Ja, die Stelle da gefällt mir. Ihr könnt da gerne alle hochfahren. Ihr kriegt alle einen in die Fresse. Hm, was haben wir denn da? Der Nächste. Meine Fresse. Was ist denn da los? Hi. Ach, scheiße. Komm. Ich kaufe auch Premium, Wargaming. Ich kaufe Premium. Versprochen. Ah, ist jetzt ein bisschen heikel hier. Ups. 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 Ich glaube, jetzt bin ich gleich tot. Ups. Ups. Ah, Hallöchen. Den hast du zurückgekriegt, mein Freund. Noch einer? Ja, komm, du willst es doch. Zack. Oh, du armer Jackson. Oh, du armer Jackson. Ah, jetzt muss ich wohl sterben. Oh, jö. Bitte nicht. Ah. Ich liebe Tittis. Hey, ey, 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 ey. Aber. Aber diesmal war ich recht zufrieden mit der Gun, muss ich sagen. Na ja, gut. Was will man machen? Der ist ganz beliebter, oben der Hügel auf F3. Nein, 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 nein. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt nochmal, aber na ja. Man kann. Ich gehe jetzt trotzdem mal raus. Das geht jetzt zu lang. Ich denke, wir werden auch verlieren. So. So, das war der TD für heute. Oh, alle vier Wochen spiele ich mal TD. Ne, ne, alle drei Wochen. Ich weiß nicht. Der ist schon, der ist richtig geil auf seiner Stufe, ne. Der KV 220 da. Die, 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 die. Der macht mich ganz irre. Es ist, es ist nicht mein Spielstil. Ein TD. Und der, 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 mit dem Turm und so mit dem Drehen. Das macht mich narrisch. Super Hellcat. Kann wenigstens. Ist ein bisschen flexibler. Weißt du was? Heute ist TD time. Bei vier Elefants. Yo, yo. Habt ihr schon gewusst? Ich hab keinen einzigen... Keinen einzigen Achter-TD. Und stellt euch vor, ich kann damit leben. Irgendwie kriegt da ein Fünfer-TD. Ist geschenkt. Oder verdienen sie mir. Oder... Jo. Okay. Aha. Was haben wir denn da für einen Durchschlag? 130. 170. Ah. Na gut. Was machen wir hier? Ich könnte probieren. Der KV2 wird die nicht verstanden. Und ist klar, die Dicken. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Nichts Unterstützung. Geh die selber unterstützen. Ich hab die schicke Fußball-Tage. Dann kommt 2018 drauf. Wow. Was mach ich denn jetzt? Ach, ich fahr rechts. Ich... Ja, ich fahr rechts. Ich weiß, die meisten TDs fahren links. Aber ich fahr rechts. Mit der Hoffnung. Aha. Er ist schon sehr langsam. Ah. Ich glaub, das war ein Fehler. Aber ist egal. Komm, scheiß drauf. Das ist einfach nicht meine Klasse. Aber man kann sich nicht immer dahinter verstecken und sagen, nee, es ist nicht meine Klasse. Man muss es auch mal fahren. Dann weiß ich wenigstens, bei was ich schimpfe. Uhu. Ach, komm doch. Ach ja. Haha. Haha. Ich hab ne Schere dabei. Ich spekulier hier drauf. Don't die. Don't die. Don't die. A20, bitte. Er stirbt. Unser Licht stirbt. Don't die for me, Argentina. Und tschüss. Okay, das üben wir nochmal. A20, ja? Die Nachladezeit ist nice. So ist das berauschend. Wollen wir mal um Hilfe schreien? Bringt das was? Komm, ich weiß doch, dass du da bist, kleiner Luchs. Sei doch mal ein Luchs und komm raus. Komm raus zu Daddy. Wo ist er denn? Ich glaub, er kommt da unten, oder? Wo ist es denn? Hm. Scheiße, da ist der Luchs. So nicht, Freundchen. Jetzt triff halt, du blöde Kiste. Mann. Himmel. 3, 2, 1. Haben wir noch eine AT? Ja, wir haben eine AT. Oh, das tut gleich weh. Ui, 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 ui. Ich bin nicht da. Ui, 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 ui. Ei, 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 ich war nicht da. Blöd, Mann. Okay, hold the line. Na, na? Ach, scheiße. Na, ich bin gleich tot. Scheiße. Ich liebe Artie. Wisst ihr das eigentlich? Warte mal. Ich fahre trotzdem mal rüber. Ich glaube, der UI wird... Ja. Kommen wir da lang? Warte mal. Ah, warte mal. Ach, komm, wir kommen da lang, oder? Ja, ja. Ja, ja. Wie bin ich schon mal lang gefahren? Ich weiß es. Oh, nein. Ich habe es auch. Nein, 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 nein. Oh Gott, ist das erbärmlich. Hilfe. Nein. 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 Es ist zu langsam. Jungs, ich war bei euch. Im Herzen. Ich brauche ein Stück Kaffee. Ach Mann, ich habe mir das so schön vorgestellt. Da dann hinfahren und dann hier so rüber snipern. Wenn sie dann hier so... Aber egal. So ist das Leben. Vielleicht sollte man das nicht mit einem M10-ATI machen. Oh Gott. Ich habe es aber mit einem anderen Panzer schon geschafft. Der ist schneller. Ja, gut. Was wird es so machen? Das Leben... Vom Leben gebeutelt. Das Leben hat mir... Warte mal. Gibt es da noch jemanden? Ah ja. Das Leben hat mir sehr, sehr übel mitgespielt. Ich hatte jetzt erst eine Männergrippe. Muss ich noch mehr dazu sagen. Ups. Knapp geschafft. Jetzt gibt es Corona bald. Leute. Was soll ich sagen? Da kann man schon mal absaufen mit einem Panzer, ne? Ja. Und jetzt wäre meine Zeit gekommen. Jetzt käppen sie. Ich hätte dann schön von der Seite... Hätte ich sie alle komplett rausgenommen. Ja. Hätte ich bloß die Lottozahlen gewusst. Nein. Hätte, hätte. Carry time. Wie heißt der denn? Robson 84. Ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, er will einfach sich nur noch die Arti gönnen. Okay. Okay, carry time ist später. So. So. Steht eigentlich momentan World of Tanks an. Diese neue Mechanik. Neue Muni führen sie ein. Wenn es euch interessiert, kann ich euch die Videos empfehlen vom Ausakrobat. Schaut es euch mal an. Diese ganze neue Mechanik. Durchschlagswerte und Splashwerte. Ja. Das kommt beim nächsten Update. Soll scheinbar nicht so der Bringer sein. Gerade so Fahrzeuge, die einen schlechten Durchschlag haben und schlecht gepanzert sind, haben jetzt als recht die Arschkarte gezogen. Und scheinbar macht sich das Wargaming relativ einfach, um den Frust einigermaßen in Grenzen zu halten bei den Spielern, wenn die Dinger einfach aus dem Spiel entfernt, scheinbar. Naja, ob der Schuss nicht nach hinten losgeht. Mit der Schussmechanik und mit der Durchschlagsmechanik. Aber schauen wir mal. Schaut euch das mal an bei Mausakrobat. Ich glaube, ich mache Schluss für heute. Das Absaufen, das war irgendwie doof jetzt gerade. Das hat mich ein bisschen frustriert. Das hat mich ein bisschen vom Leben enttäuscht. Und ich würde sagen, ich komme erst wieder online, wenn ich wieder gut drauf bin und diesen Schwimmkurs überstanden habe. Psychisch. Okay. Wieder mal genug Dumpfsinn gelabert. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Das übliche Blablabla. Und Däumchen hoch. Und für euch, ich denke, am Wochenende kommt wieder was raus. Vielleicht mal einen Livestream. Schauen wir mal die drei von World of Tanks oder so. Kommen wir wieder in eine neue Folge. Ihr werdet es erfahren, Leute. Okay. Streicht mal mein TD-Gameplay aus dem Gedächtnis. Es lohnt sich erst recht nicht. Es ist noch schlimmer wie mein normales Gameplay. Und das ist ja schon schlimm. Okay. Bis die Tage, Leute. Ciao, ciao.